Can you witness the end of me? Maren, was treibt dich an? Schon immer als ich damals surfen war, hat meine Oma gesagt, Impuls ist mehr als nur eine Band. Wir haben heute das Musikvideo für Omen gedreht. Wir sind noch mitten in der Produktion. Es ist einer der coolsten Musikvideos, die wir bisher gedreht haben. Es ist einer der creepiesten Musikvideos, die wir bisher gedreht haben. Schon wieder ein riesen Team am Start. Mit Chris Gütlein, der schon kurz mit uns gedreht hat. Mit seinem Kumpel Nico und seiner Kameracruel. Also wirklich ein krasses Team schon wieder am Start. Und die Bilder sind wieder deutlich besser, als was ich mir einfach nur vorstellen konnte. Wir hatten ein großes Problem, dass wir so im Februar drehen. Hier ist es relativ kalt. Wir drehen das alles in so einer großen Lagerhalle von Dave. Und wir mussten organisieren, dass es warm drin wird. Dass die Leute nicht frieren. Weil wir haben die Chrissy, die Kreatur, die einfach komplett nichts anhat, einfach nur eine Robe und sonst nackt ist. Dann haben wir unsere Kultisten, die unsere Robe auch nicht so viel tragen. Den Chrissy natürlich auch, der auf dem Boden liegt wegen dem Stoff. Und auch so bloß ein dünnes Hemd trägt. Also das war einer der Challenges für diesen Dreh auf jeden Fall, da die Wärme reinzubekommen. Die zweite größte Herausforderung auf jeden Fall, dass man den Kultisten natürlich einen richtigen Schlag finden. Den richtigen Schnitt für die Roben zu finden. Da haben wir auch viel Zeit rein investiert. Wir haben viel suchen müssen. Aber ich finde, das Ende ist total glücklich. Lässt sich einfach zeigen. Und ich bin voll zufrieden damit, wie das jetzt alles am Ende ausschaut. Aber ich finde es einfach geil, was ihr macht. Also ich finde es einfach, weißt du, so viele Leute trauen sich nicht irgendwie, ihre Träume zu verwirklichen. Und dann sieht man es so euch. Und die brennen einfach alle dafür. Schaut euch an. Ich stelle jetzt einfach richtig geile Sachen auf die Beine. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da zusammenarbeitet und dass man da Bock drauf hat. Schön gesagt. Krieg ich jetzt mal ein Geld? Und Luise, das Leben als Kultistin war... Sehr schön. Sehr angenehm. Sehr angenehm, aber sehr langweilig, oder? Wie in der Karibik. Schön warm. Schön bequem. Was mich am meisten heute am Dreh überrascht hat, war die Chrissi, die Kreatur. Ihre Performance war einfach, wir mussten ihr nichts sagen. Sie hat einfach von Anfang an, ohne irgendwie groß Input, einfach total abgeliefert. Also riesen Respekt an sie. Sie hat sich wirklich in die Rolle einfach reingefunden und hat einfach eine richtig krass Performance abgelegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, eins, fertig. Das war's vom Behind the Scenes. Und wenn ihr uns noch nicht gefolgt habt, dann könnt ihr uns hier abonnieren und aktiviert die Glocke. Like, Subscribe nicht vergessen. Ihr könnt einen Kommentar hinterlassen. Es ist immer schön zu wissen, was ihr von uns denkt. Und hier seht ihr noch das originale Musikvideo und hier unten müsste noch ein Video sein, das sonst von unserem Kanal kommt. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Peace out.